ich glaube die indolins sind das einzigste was ich nicht doppelt genommen habe ich meine die hätte ich noch die anderen glaube ich nicht nee wo sind sie denn da nehme ich da auch noch mal mehr von und was ist noch alle zu prümen genau in dem moment geschlossen ich kann ich kann ich kann ich kann ich kann Egal. Oh Gott. Vier Euro. Fünfzig. So. Jetzt müssen wir alles durchgehen. Jetzt müssen wir die Konflikte. So. Zehn. So. Fünfzig. Zack. Bitteschön. Wenn sie so viel kauft, selber schuld. So. 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 Ich bleib bei vier Euro zehn. So. Die Cola. Drei Euro. Drei Euro. Drei Euro. Drei Euro. Bitteschön. prove mehr. Bitteschön. Bitteschön. Neunzehn, neunfünf. Wie sieht das denn nichtmal aus, mit einer neuen.. Lizenz. Da, da gibt es einen. Genau, das nehmen. Das ist doch hell. Parmesan, Honig, oh Gott. Noch mehr Käse. Grün Tee. Wir können so viel schon holen. Also, wenn wir das Geld dafür hätten. So. Oh, wir wollen run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. I hate all this over-thinking. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks. These painkillers take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started off. Get me out of now. Ja. Können wir jetzt, glaube ich, auch bestellen, ne? Ne. And me. Mich ist leer. Ich hab's aber noch Vielleicht die Nudeln sind auch leer So, das auch mal kaufen Boah, Alter Fünf 65 Pizza Das Öl ist auch leer, Alter Entspannt euch mal Butter muss wahrscheinlich da rein, ne? Habe ich noch einen Käsekarton? Nö Joghurt hätte ich noch mal Kannst du bitte den Käse nehmen? Tänke Schöpisch brauche ich auch noch mal ne bei der gefriertruhe passt da ja gar nicht alles rein noch mal Wurda ach Tusch ist mir egal ist doch da wie cool wenn es noch Fündautomann geben würde oh yeah also ich brauche mal den und mal den nochmal alter wie kann das so leer sein ach und jetzt nach deinem Press äh ist geklaut ich brauche ich brauche noch welche drunter sind auch noch welche hier oh man ey die Sekunden ich hab kein Gäse mehr ne ich hab so viel aber das was ich unbedingt brauche brauche ich nicht ich brauche ich brauche ich brauche ich trage ich brauche ich brauche Untertitelung des ZDF, 2020 Den hab ich auch nie mehr Eben so viel bestellt und dann haben wir das meiste nicht mehr Sieht so schön aus, geht auch noch rein Die Nudeln Wasserflaschen in dem vollen Toast So Weil wir so viel haben, weiß ich auch gar nicht was fehlt Ey von der Milch da unten haben wir so viel genommen Und die sind alle leer Ich nehm jetzt mal den Ist doof Ich nehm jetzt mal und trotzdem fehlt uns jetzt Sachen wie zum Beispiel diese blöde Milch wo ist sie denn? Was fehlt noch? Der Käse Was? Null Ach er geht wieder Und was war da noch? Dass er kein steht ey das Achso ja da fehlt dann nichts bis auf das ist eine Öl Ähm das da Es ist mir echt egal ob das hier zu teuer ist Lieber kauf das nicht als wenn ich nachher gar nichts mehr habe war Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020